Am heutigen Donnerstag präsentiert sich der S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq wieder einmal mit neuen Rekorden. Nach dem gestrigen Feiertag waren es vor allen Dingen die Konjunkturdaten aus dem Bau- und Immobiliengewerbe, die heute hätten für weiteres Up- oder Downside sorgen können. Aber das alles beherrschende Thema hier ist die Nvidia-Aktie. Denn sie alleine sorgt quasi im Alleingang dafür, dass der S&P 500 nach oben läuft. Die Baubeginne und die Baugenehmigung sind mit minus 5,5 beziehungsweise minus 3,8 Prozent deutlich hinter den jeweils erwarteten 0,7 Prozent zurück. Aber the trend is your friend, KI ist das super Thema und was es sonst noch ist, das verrate ich jetzt. Daten aus dem Immobilien- und Baugewerbe auf der einen Seite, aber auch stärker als angenommen gestiegene Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, waren zumindest konjunkturell kein Grund dafür, weshalb hier die Euphorie weitergehen sollte. Aber die nackten Tatsachen sprechen dafür, dass man weitere Rekordstände sieht beim marktbreiten S&P 500 und an der Technologiebörse. Wobei das Wort marktbreit etwas konterkariert wird, denn die Aktie, die vor allen Dingen heute wieder zulegt und von Rekord zu Rekord eilt, das ist die vom KI-Giganten NVIDIA. So auch heute. Morgen werden da noch wichtige PMI-Daten aus dem Dienstleistungssektor erwartet. In Sachen Konjunktur also die amerikanische Wirtschaft eher mal am Schwächeln zumindest, was die Bautätigkeit betrifft. Und das haben wir diese Woche schon gesehen, dass vor allen Dingen die bestehenden Häuser scheinbar das Maß der Dinge sind und die Verkäufe auf dem aktuell nicht weiter steigenden Zinsniveau, was die Hypothekenzinsen betrifft, erst mal wiederkommen. Morgen am Freitag sehen wir da noch Daten bei den Verkäufen der bestehenden Häuser. Und dann ist dann die Frage, ob die tatsächlich Schritt halten werden können oder ob wir da möglicherweise ebenfalls eher enttäuschende Zahlen sehen werden. Die Lesart des Marktes insgesamt und der erinnert den ein oder anderen Marktteilnehmer schon an das angefangene Jahrtausend, als die Dotcom-Bubble, die war, die dem einen oder anderen im Jahr 2000, 2001 Freude gemacht hat. Aber der Unterschied, so der ein oder andere Analyst heute auf CNBC ist, dass die Balance-Sheet der Unternehmen, die die Musik machen, heute doch vor allen Dingen vor Gewinnen nur so strotzen. Und das war bei der Dotcom-Bubble nicht immer der Fall. Da hat man mehr die Fantasie und die Technologie gespielt, so die Äußerungen der Marktteilnehmer. Außerdem, warum sind wir weiter im grünen Marktumfeld unterwegs? Ja, es steht eine Lockerung der Notenbank, von Seiten der Notenbank an. 50 Basispunkte nach Äußerungen von zwei gewichtigen Mitgliedern der amerikanischen FED scheinen tatsächlich ausgemachte Sache zu sein. Denn die PCI-Daten, die wir noch sehen werden, sind zwar ein wichtiger Faktor, aber eben die anderen konjunkturellen Indikatoren, auch der Philly-Fed-Index, also für den Juni ist schwächer ausgefallen als erwartet, deuten doch darauf hin, dass die wirtschaftliche Situation in den USA tatsächlich insgesamt sich abkühlt. Die Bären werden sagen, tatsächlich sind die Preise für einzelne Aktien sehr teuer. Aber die Bullen sagen, ja, aber der Gierfaktor ist noch nicht ausgeprägt genug. Ja, an der einen oder anderen Stelle sehen wir überkaufte Signale, aber das Gesamtsentiment, und das ist ja das, was auch eine Rolle spielt, ist, dass Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer eigentlich skeptisch sind und nicht die Oma von um der Ecke jetzt schon sagt, ich steige jetzt ein, kaufe und will unbedingt dabei sein. Also im Grunde sind noch nicht alle dabei, sondern es ist noch genügend Geld an der Seitenlinie unterwegs. Wenn wir uns makroökonomische Daten angucken aus Europa, dann sind die Autozulassungen um 3% im Mai zurückgegangen. Im April gab es noch ein sattes Plus von 13,7%. Und die EZB mahnt die Länder der Eurozone zur Disziplin in Sachen Defizit und Haushalt. Ähnlich wie ein neuer jüngster Bericht in Amerika darauf deutet, dass die Überschuldung, die Staatsüberschuldung, weiter steigen wird. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es also kritische Töne. Entwarnung gibt es in Sachen Parlamentswahlen in Frankreich. Da hat Marie Le Pen ihres Zeichens Vorsitzenden des Ressentiment National nochmal betont. Dass man weiter unterwegs sein wird auf dem wirtschaftlich-politischen Kurs, der aktuell in Frankreich herrscht. Also kein Austritt aus der EU und auch keine Abschaffung des Euros. Da gab es ja Stimmen in den vergangenen Tagen, die da die Ängste geschürt hatten. Die chinesische Zentralbank, die heute tagte, lässt die Leitzinsen unverändert. Gleichzeitig versucht man das verlangsamte Kreditwachstum in den Griff zu bekommen. Und Kreditqualität und Wachstum auf der Kreditseite zu erhöhen. Mit welcher Art von Anleihen man das machen möchte und ob das dann tatsächlich als Quantitative Ease bezeichnet werden könnte, davon hat zumindest der Sprecher der People's Bank of China im Moment zumindest erstmal Abstand genommen und sich nicht eindeutig geäußert. Gleichzeitig eskaliert der Streit zwischen China und den USA weiter. Es geht dabei um Technologieunternehmen und den Transfer von Halbleiterindustrie. Da sind die Amerikaner dabei, den Druck auf die Niederlande und Japan zu erhöhen. Es geht da um kritische Infrastruktur. Man möchte einfach nicht, dass chinesische Unternehmen in den Besitz von amerikanischer und westlicher Technologie kommen. Gleichzeitig hat China Bemühungen angestoßen, die Überproduktion im Bereich von Lithium-Akkus einzuschränken und diese abzubauen. Gleichzeitig bekamen wir ja immer wieder Meldungen auch davon, dass es positive Entwicklungen im Bereich von Feststoffbatterien gibt, die mit Reichweite von 1000 Kilometern pro einem Ladezyklus und Gesamtlebensdauer Ladezyklen von 500.000 Kilometern insgesamt aufwarten. Bis das in Serie geht, dauert es noch einen Moment, aber die Entwicklung schreitet da auf jeden Fall voran. Schauen wir auf einzelne Nachrichten aus Europa. SMA Solar, Zahlen haben die vorgelegt, sie senken ihre Prognose für das zweite Quartal deutlich. Beim Umsatz liegen sie nur noch zwischen 1,55 und 1,7 Milliarden Euro. Erwartet worden waren 1,95 bis 2,2 Milliarden. Auch beim EBITDA-Ergebnis, also vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern, liegt man in der Range zwischen 80 und 130 Millionen US-Dollar, deutlich unter den erwarteten 220 bis 290 Millionen Euro. Der Grund dafür ist ein weiter hoher Lagebestand bei den Händlern und ein nicht so schnell wachsender Auftragseingang durch die Endkunden. Warum? Klar, man führt an von Seiten des Unternehmens, dass zum einen die Europawahl und dieser Rechtsruck dafür sorgten, dass das Thema Green Deal in der EU und auch die Klimaneutralität ein bisschen in die hintere Reihe gewandert ist bei den Interessenten. Update gab es auch von Golden Goose. Die haben ja IPO, was eigentlich stattfinden sollte, aufgrund der schwächeren Marktsituation erstmal auf Eis gelegt. Die deutliche Verschlechterung der Marktbedingungen nach den Wahlen werden hier als einer der Gründe aufgeführt und gleichzeitig die sich abschwächende Nachfrage im chinesischen Markt nach Luxusgütern gleichzeitig hinzugezogen. Unternehmensnachrichten aus Amerika gibt es eine Reihe von Apple, die suchen in China nämlich nach einem lokalen Partner, der die Apple Intelligence mithilft, an Mann und Frau zu bringen. Man hat von der Management-Seite mit Baidu, Alibaba und Baiduan gesprochen und hofft sich jetzt in weiteren Gesprächen so eine Meldung des Wall Street Journals, dass man einen adäquaten Partner findet, um die KI auch in die Breite zu tragen. Gleichzeitig hat Apple nochmal betont, dass man an der Entwicklung der Vision Pro 2 nicht weiter wird festhalten können. Stattdessen lieber bei der Vision Pro eine abgespeckte, mit weniger technologieversehene Version arbeiten wird, die allerdings nicht vor 2025 auf den Markt kommen soll. Und Zugeständnisse macht Apple auch an die EU-Regulierungsbehörde. Nachdem es Meldungen darüber gab, dass Frau Verstager die Wettbewerbskommissarin weiter Apple unter die Lupe nehmen möchte, hat man vor allen Dingen, was den Apple Store betont, da jetzt Zugeständnisse zu machen, um eben mögliche Strafzahlungen, wir erinnern uns, bis zu 10% des globalen Umsatzes können da ja ausgesprochen werden, um dem seitens des Unternehmens vorzubeugen. Bei AMD, bei Advanced Micro Devices, gab es einen Cyberangriff. Allerdings, das Unternehmen, das Management betont, dass dieser Cyberangriff laut Bloomberg nicht tatsächlich die großen negativen Auswirkungen gehabt hat, wie zunächst befürchtet. Ilja Sutzkeva ist Ex-Mitbegründer von OpenAI und er schied ja aus, weil man sich über KI und die Sicherheit von sicherer künstlicher Intelligenz nicht einigen konnte, er wird jetzt ein eigenes Unternehmen gründen mit dem Namen Safe Superintelligence, so berichtet es die Financial Times, weil er die Bestrebung hat, sichere künstliche Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Und bei Best Buy, dem Unterhaltungselektronikkonzern, finden Schulungen im großen Stile statt. 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auf Microsofts Co-Pilot geschult. Man verspricht sich von den KI-Laptops einen großen Umsatz und möchte natürlich, dass die Mitarbeiter darauf geschult sind und dementsprechend in Verkaufsgesprächen auch qualifizierte Weiterempfehlungen und Hilfestellungen den Kunden geben können. Bei Dell und Supermicrocomputer gab es eine Kooperation bezüglich der Rechenzentren und Datenzentren, die gebraucht werden für XAI. Das ist das künstliche Intelligenz-Startup von Elon Musk. Da wird man künftig gemeinsam die Server bereitstellen und daran arbeiten. Der KI-Produzent und Speicherhersteller Micron gleichzeitig wird seine HBM-Produktionskapazitäten weiter ausbauen, also die High Bandwidth-Memory-Chips weiter ausbauen, teilte das Unternehmen mit. Denn die stark gestiegene Nachfrage, die das Unternehmen erfährt, muss bedient werden und dementsprechend investiert man einen dreistelligen Millionenbetrag. Bei Netflix, da gibt es eine Meldung, dass man neben dem Streaming-Angebot jetzt auch sogenannte Netflix-Houses etablieren wird. In zwei Staaten, in den Vereinigten Staaten werden diese Malls mit Restaurants, mit Shopping-Möglichkeiten, also Konsum, Konsum, Konsum und Marketing jetzt eröffnet. Idee dabei ist es, den Nutzern und Zuschauerinnen der Streaming-Angebote noch ein Real-Life-Event zu liefern, indem man quasi in den Restaurants, die eingerichtet sind, wie das Set einer großen US-Serie beispielsweise, dann dinieren wird können oder tanzen vor der Kulisse eines Schlosses. Bei NVIDIA gab es Anmerkungen seitens des einen oder anderen Marktes, Herr Lehmann, sie sagt es zu Beginn, dass das Ganze in Sachen Kursentwicklung an Cisco Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends erinnert. Aber tatsächlich muss man ganz klar sagen, dass die Situation zu Zeiten der Dotcom-Blase verglichen mit heute doch eine ganz andere ist. Und wenn wir uns die letzten Zahlen von NVIDIA angucken, die Auftragseingänge und der Gewinn und der Umsatz des Unternehmens, alles andere als an die Dotcom-Blase erinnern. Wenngleich das Management betont, dass man, was die Rechenzentrumskapazitäten der Kunden betrifft, man etwas skeptischer wird, weil man die Befürchtung hat, dass die Kunden nicht schnell genug diese Rechenzentren ausbauen können und die Bestellungen, die man aufgegeben hat bei NVIDIA, dann möglicherweise etwas länger braucht, um diese zu bearbeiten. Gleichzeitig kauft NVIDIA ein Softwareentwicklungs-Startup mit Namen Shortline.io für 100 Millionen US-Dollar, so eine Bloomberg-Bericht. Samsungs KI-PC macht Probleme. Das Venture zwischen Armchip und Qualcomm, das Samsung aufgestellt hat, zeigt sich problematisch. Man versucht krampfhaft die Softwareprogramme, die die KI ausfüllen soll, gangbar und hinzubekommen. Es zeichnet sich aber ab, dass das von größeren Problemen für den Moment zumindest begleitet ist. Beim Chip-Unternehmen Wolfspeed gab es die Meldung, dass man das Werk in Saarland für 3 Milliarden US-Dollar angeraumt. Frühestens Mitte 2025 wird bauen können. Insgesamt die Chip-Entwicklung in der EU mit Subventionen vor allen Dingen befeuert. Im Moment eher restriktiv, weil man auch ein bisschen im Zuge der Defizitorientierung auf die Bremse treten muss, was Subventionen betrifft. Dementsprechend Wolfspeed jetzt bemüht, andere Finanzierungsmöglichkeiten zu erörtern. In der Luft- und Raumfahrttechnik gab es eine Meldung bei Boeing, Familien der Opfer der 787-Max-Absturzes, so das Justizministerium, streben eine Strafe in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar an. Und bei Discover, das ist die Plattform, die Studierendenkredite anbietet, sind nur noch Carlyle und KKR im Rennen um das Bieten des 10-Milliarden-Dollar-Kreditportfolios. Bei LendingTree gab es eine Gewinnwarnung. Der Umsatz im zweiten Quartal ist über den, eine positive Gewinnentwicklung, Verzeihung, der Umsatz im zweiten Quartal würde über dem des Vorjahresquartals liegen mit 175 bis 190 Millionen US-Dollar. Und die EBITDA-Prognose wird auch bestätigt. Sony Music, die werden den Back-Katalog von der Pop-Gruppe Queen kaufen für eine Milliarde britische Pfund. Kann man nur ganz klar sagen, show will go on. Und der CEO von US Steel, seines Zeichens David Burrett, ist äußerst zuversichtlich, dass der Deal mit Nippon Steel noch in diesem Jahr wird durchgewunken werden und das trotz des Widerstands seitens der Gewerkschaften und auch kritischer Äußerungen von Präsident Joe Biden. Zahlen gab es heute auch vor Börsenstaat, unter anderem von Accenture. Die meldeten zwar beim Ergebnis pro Aktie einen leichten Rückgang auf 3,13 Dollar. Auch beim Umsatz ging es auf 16,46 Milliarden US-Dollar zurück. Aber die operativen Margen sind besser ausgefallen. Und die Schwäche, die man erzielt beim Ergebnis der Aktie, resultierte vor allen Dingen aus dem Finanzleistungssektor. Für das vierte Quartal entgegen wird man dann doch wieder etwas optimistischer. Also beim Ausblick, denn die Buchungen, die man vermelden konnte, steigen um 26 Prozent auf 21,1 Milliarden US-Dollar. Proximatisiert erwartet worden auf der Straße waren nur ein Umsatz bis 17,7 Milliarden Dollar. Und auch generative KI spielt eine Rolle beim Unternehmen. Da sehen wir einen Anstieg der Buchungen um über 50 Prozent auf über 900 Millionen US-Dollar. Aber gerechnet da wurde mit einem Anstieg auf 600 Millionen. Also die Aktie vorbörslich weiter einer der freundlichen, plus sieben Prozent aktuell. Auch die Restaurantkette Darden kann überzeugen. Vor allen Dingen die Steakhäuser laufen gut. Steakhäuser sind ja die von Longhorn Steakhouse. Innerhalb der 1.300 Restaurants umfassenden Restaurantkette sieht man hier ein Plus von vier Prozent. Insgesamt zeigt sich das Management weiter positiv, auch wenn der amerikanische Konsument so ein bisschen, und das haben wir an den Einzelhandelsdaten ja gesehen, auch im Food-Bereich ein bisschen auf die Bremse drückt. Aber im Moment ist das Ganze noch nicht signifikant. Und sollten die Zinsen wirklich sinken in diesen Jahren, so das Management, dann würde man auch einen gewissen Upside sehen, was den amerikanischen Konsum auch im Bereich Restaurants betrifft. Bei KB Home gab es im zweiten Quartal am letzten Handelstag Zahlen. Man hat deutlich die Erwartungen des Marktes geschlagen. Mit 2,15 Dollar Gewinn je Aktie erwartet worden waren 1,80 Dollar. Begünstigt wurde dies allerdings durch sogenannte Sondereffekte. Vermögenswerte wurden unter anderem verkauft. Und der Finanzdienstleistungssektor ist auch etwas besser gelaufen. Der Ausblick kann sich sehen lassen. Man operiert jetzt am oberen Ende der Umsatz- und auch Gewinnspanne. Und die Aktie kann deutlich davon profitieren. Auch die Zahl der ausgelieferten Häuser und die Durchschnittspreise sind über den Marktschätzungen ausgefallen. Redbush hat deswegen auch das Analystenhaus das Kursziel von 64 auf 67 Dollar angehoben. Ihre Einschufung für die Aktie bleibt insgesamt allerdings neutral. Allerdings verweist der Analyst darauf, dass die Ergebnisse, die man jetzt vorgelegt hat, doch deutlich besser sind und die Cashflow-Situation beim Unternehmen weiter positiv beflügeln wird. So, das war es von mir heute für Donnerstag. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.